hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ui talk ja wie ihr seht heute befinden wir uns auf der webseite hypixeln für die einen oder anderen vielleicht bekannt für die einen oder anderen nicht je nachdem aus welchen bereiche kommen für die leute die viel minecraft spielen die werden garantiert noch nicht an hypixel vorbeigekommen sein für die leute die minecraft nicht spielen die werden vielleicht hypixel kennen weil hightail auch ein von den entwickelt wenn nicht dann nicht auf jeden fall möchte ich heute halt einfach mal die hypixel seite bewerten ich habe mir die schon ein bisschen angesehen und ich muss tatsächlich sagen es wird glaube ich heute nicht kurz fangen wir doch einfach mal an also die hypixel seite wie ihr seht hat oben einmal eine navbar eine einfache navbar würde ich sagen und hier unten drunter nochmal sozusagen eine navbar für die hauptseite selbst ja also grundsätzlich erstmal finde ich das eigentlich ganz ganz gelungen dass die seite hier unten nochmal die navbar drin ist weil das sozusagen die haupt navbar der einzelnen seite ist während hier oben sozusagen dies log in wahrscheinlich auch für den forum login ist ich denke es wird vielleicht daran liegen dass sie eine forum software hintergrund nutzen an sich aber doch ganz passend wenn sie auch sehr gut finden ist halt join 52.384 anderen spielern hier sind die aktuellen spielerzahlen was mir auffällt ist wenn ich jetzt mal die seite neu lade seht ihr das aktualisiert sich jedes mal erst beim seiten neuladen wird schon mal auch gecached fände ich schön wenn es mit javascript laufen würde es scheint hier nicht zu sein so eine kleinigkeit die mir auffällt das play now ist echt cool gemacht wenn jetzt mal drüber guckt und hier haupt unter dieser blaue außeneffekt das ist echt meiner Meinung nach sehr gelungenes feature die einzelnen punkte hier vorne finde ich jetzt nicht so eindeutig erkennbar dass man rüber haupt jetzt hier wenn es so ist dann geht das aber ansonsten jetzt hier nicht so stark also ich finde dass die farbabstufung von der farbe ist noch nicht stark genug könnte ein bisschen stärker dann ansonsten finde ich das aber ganz passend bei der search bar ja also an sich finde ich gut ich finde sie fällt nur ein bisschen raus also sie passt noch nicht perfekt zu dem stil von der ganzen navbar die navbar ist so richtig schön vom stil her und das fällt ein bisschen raus ich denke hier könnte man nachbessern ja aber ansonsten finde ich ganz okay ja der button hier unten ja so wie ich jetzt das sehen würde ich jetzt sagen das sind überall images die man dahinter gesetzt hat finde ich aber in diesem fall passend weil es halt einfach man kann es nicht anders machen mit dem pattern finde ich trotzdem sehr gelungen und passt auch gut hier auch dieses durchsichtige bild als hintergrund ich denke es ist ein komplettes bild hier ich weiß nicht was kommt das bild das passt auch eigentlich sehr gut halt so ein zeig ein bisschen das ganze ich frage mich halt warum man halt hier das minecraft bild mit dem eigentlich mit der schönen mit den ja schönen artwork gemixt hat aber ansonsten passt es auch nicht gut hier die info wie das ganze funktioniert so ein bisschen passt auch ganz gut rein dann kommen wir jetzt hier zu diesen forum tabs ich denke es ist hier ein ein bisschen vor oder sowas was hier läuft oder wordlab burning board was mir auffällt ist halt man hat den facebook twitter und youtube icon das youtube icon sieht nicht mehr richtig nach einem richtigen youtube icon aus dann sieht man hier dass die icons ein bisschen hervorstechen das ist bei den facebook icon ist das fast gar nicht zu erkennen was ich aber schade finde an der stelle ist halt dass tatsächlich die buttons im hintergrund die sind ja eh schon mal selbst gemacht warum passt man sie nicht hier an das gleiche gilt für continue reading hier ist über continue reading als so ein kleiner button ich finde so ein button viel schöner an der stelle prinzipiell gut man will vielleicht eine abstufung haben aber dann hätte ich das nicht so mit dem button gemacht es fehlt auch ein bisschen was ansonsten halt prinzipiell so ein ambit würde ich sagen einfach eingebunden das ganze dann hat man hier unten diese leiste das ist glaube ich so standard forum leiste ja wie wieder halt passt halt nicht perfekt an das obere obere design hier vorne mit dieser schönen bar ist aber okay ja hier unten haben wir dann wieder halt so ein passenderes design finde ich für den unter dem bereich außerhalb die icons und hier haben die icons auch einen ganz anderen effekt den ich irgendwie noch schlimmer finde als der oben das könnte man eindeutig verbessern hier unten aber wiederum ganz gut mit dem auch hovern nur dass das hovern halt noch nicht perfekt funktioniert also man sieht halt dass es nur ein leichter abstufung ist ich weiß nicht wie gut das im video erkennbar ist kommt auch viel an dem bildschirm drauf an bei mir erkennt man es zum beispiel nicht so stark da könnte ein bisschen mehr noch kommen ansonsten als bestens ja und das like also an facebook erst ist halt ein facebook ambit das passt ganz gut und hier kann man wieder hoch das finde ich hätte man auch sein können ansonsten finde ich die seite ganz gelungen ja viel mehr kann ich glaube ich dazu nicht sagen ja also prinzipiell halt ist es an sich jetzt eine vore startseite mit ein paar zusätzlichen infos die wichtigsten infos für mich sind da sind gegeben es sieht halt gut der style aus ich kann halt leider nicht viel mehr meckern wo ich jetzt sagen will das kann man besser machen von daher würde ich einfach sagen wir machen mal hier sozusagen das ende von dem video ich danke fürs zusehen ich hoffe euch hat das video gefallen auch wenn es sozusagen eher eine bestätigung ist dass sozusagen so ein design gar nicht mal so schlecht ist und dass man es auch ganz gut machen kann mit ein paar kleinen änderungen ich hoffe ihr habt trotzdem was gelernt wenn ihr einen video vorschlag habt schreibt es bitte in die kommentare das video hier wird jetzt kommen während ich in meinem urlaub bin ich bin aktuell auf mauritius das heißt ich komme erst am 10.8 wieder ich weiß nicht wann dieses video dann effektiv veröffentlicht wird das heißt aber auch dass halt dementsprechend in der zeit keine videos kommen werden solange ich halt da bin es kommen nur die videos die ich schon vor produziert habe das heißt nach meinem urlaub kommen wieder tolle spannende videos und auch garantiert ein paar aufnahmen aus meinem urlaub von daher ich danke fürs zusehen und wie gesagt schreibt es uns einfach vorschläge in die kommentare und wenn ihr fragen oder sowas habt zu bestimmten sachen oder auch anmerkungen auch in die kommentare ich würde mich bedanken wenn ihr dem video dann noch einen daumen nach oben gebt wenn nicht dann nicht und wenn ihr doch lieber ein dislike geben wollt dann macht das ruhig und ja ansonsten über ein abo würde ich mich auch freuen und von daher einfach bis zum nächsten mal tschüss